So YouTube, weiter geht es mit Dishonored 2. Wir sind hier mitten im Eddermeyer-Institut und versuchen das ganze noch recht lautlos hinzukriegen. Das Problem ist, dass lautlos nicht immer so gut klappt. Ich weiß, wo die anderen sind. Ah, sie kriege ich nicht von ihrem Tisch weg. Dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht erst... Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht erst den da hinten kriegen, würde ich sagen. Du musst mich auf die Arbeit konzentrieren. Den Kuss vergessen. Sieht auch scheiße aus. Dann versuchen wir das ganze anders. Wir betäuben sie. Oh, oder auch nicht. Oder wir nehmen uns noch ein Glas, dann können wir uns den Betäubungsfeil ersparen. Das wäre nicht schlecht. So, dann locken wir sie am besten mal da hinten irgendwo hin. Das war natürlich zu uns, das war nicht so gut. Warte hier, ich bin nur kurz weg. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir sie. Was passiert ist, könnte alles sein. Ich muss nur gut aufpassen. Sie darf sich auf jeden Fall nicht nochmal hinsetzen. Hallo? Ich frage mich, wer das war. Das frage ich mich auch. Wo seid ihr? Also er chillt noch. Aber wo ist Mrs? Oh, Mrs scheint hier zu sein. Da ist sie. Ah, sie kommt auch scheinbar her, oder? Ich sehe doch keine Gespenster. Doch, du siehst Gespenster. So, schön leise. Und komm mit. Oh, Baby. Können dich eigentlich direkt da oben hinlegen, oder? Ne, ich glaube das ist zu auffällig. Wir bleiben, glaube ich, hier hinten in der Küche. Die Küche war bis jetzt unser Freund. Ja, du kannst dich zu deinem... ...untergedingsten... ...untergestellten. Wie sagt man das eigentlich? Zu deinem ergebenden legen? So, wir holen uns jetzt nach ihm. Und dann haben wir hier auch alle. Es war einst ein Mann aus Hochmühltal. Sein Ding war so klein wie ein Zwerg-Aal. Alles klar. Oh, du kannst hier chillen, würde ich sagen. Oh, hier haben wir noch einen Plan. Hatten wir den schon? Ach, ich weiß es gar nicht. Ne, scheinbar nicht. Wo geht's denn hier hin? Okay, wahrscheinlich wieder nach vorne. Da müssen wir auf jeden Fall auch hin. Ich will da noch looten. Aber vorher sind wir hauptsächlich wegen dieser Huhne hier. Und die nehmen wir uns jetzt auch mit. Mal gucken. Können wir uns schon was neues leisten? Zwei Huhnen. Ungefähr nichts. Super. Ah, das bringt uns nicht viel. Selbst hier nicht. Na gut, machen wir erstmal weiter. Alles klar, hier scheint niemand zu sein. Aber Münzen. Münzen sind auch okay. Okay, da ist auf jeden Fall jemand. Oh oh. Irgendwas kommt hier. Von hier ist definitiv keine gute Möglichkeit. Wie sieht's denn da oben aus? Können wir da hin? So. Alles klar, so nicht. Ah, vielleicht krabbeln wir am besten erstmal hier drauf. Ah, geht nicht. Super. Von... Was? Von hier vielleicht? Oh, scheint jemand zu sein. Oh oh. Oh oh. Gut. Nicht gesehen. Perfekt. Komm her. Aus dem Weg des Herzens. Der Fehler der nicht automatisierten Personen über das Erdermeyer spricht. Vor ein Kriegsgericht gestellt und inhaftiert. Haben wir hier auch mal eine gute Möglichkeit um dich zu verstecken? Was liegt hier? Irgendwas wichtiges? Nein. Alles klar. Ja. Falls wir mal eine Pause brauchen, können wir die hier machen. Ist hier gut? Ich denke schon. Dann schläfst du am besten erstmal ein bisschen hier weiter. Und wir gucken mal um die Ecke. Wir arbeiten doch schon so lange hier. Da müssen Sie doch wissen, dass Dr. Alpeysha's Bürot hat... Hallo. Schlaf gut. Schlaf gut. Nein, nein, nein. Wenn wir... Ich finde die Ecke ist da sehr doof zum Verstecken. Vielleicht lege ich euch hier zwischen. Ich glaube hier ist besser, oder? Das sieht man auch vor der Tür nicht so direkt. Was? Nein! Meine Kinder brauchen mich! Lassen Sie mich gehen! Oh hier, leg dich dazu! Dim, 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 dim. Das klang wie Glasscherben. So, kommen wir jetzt da hoch? Zumindest nicht direkt. Ah, da stehen die beiden Chaoten. Ja, dann versuchen wir uns von hinten zu holen, so Stück für Stück. Jetzt den einen. Und dann den anderen. Irgendjemand sonst was bemerkt? Nein? Gut. Achso, wir sind zu weit. Sehr hell. Sehr sexy. Na, gucken wir mal. Wo ist denn hier das Knochenartefakt? Ach, da hinten. Da waren wir sogar schon. Wollen wir gleich mitnehmen können. Da unten haben wir noch eins und da haben wir noch eine Rune. Okay. Jetzt haben wir da oben noch schönes. Noch eine Rune. Das ist sehr gut. Und noch eine. Okay. Okay. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir weiterkommen. Hattet ihr hier irgendwas? Oh, ja. Münzen. Noch mehr Münzen. Brennbarer rum. Okay. Hallo? Eine verschlossene Tür. Oh. Boah. Okay. Ist hier irgendwas? Was? Jetzt habe ich unten das Knochenartefakt liegen lassen in der Ecke, ne? Verdammt. Müssen wir das gleich noch holen. Vorher gucken wir uns hier noch schnell um. Badesalz. Badesalz nehmen wir mit. So. Haben wir hier noch irgendwas? Infos. Gut. Hier kommen wir ja noch nicht rein. Das ist hier. Wo stehen welche? Wir sind nicht mal mehr Patienten. Die Männer verstehen nicht, warum Doktor Hypatia so wichtig ist. Was soll ich ihnen sagen? Wenn nächstes Mal jemand fragt, sagen sie ihm, der Herzog zieht uns bei lebendigem Leib die Haut ab, wenn ihr etwas zustößt. Das ist deutlich genug. Alles klar. Könntest du dich jetzt... Fuck. Nicht umdrehen, nicht umdrehen. Das ist sehr gut. Dann können wir uns den anderen gleich hinterher holen. Oh Gott. Ich habe überhaupt nicht nach links geguckt. Das wird jetzt richtig scheiße, falls irgendwer kommt. Da ist er. Schön leise. Alles klar. Ja. Hier scheint es auch recht leer zu sein. Komm doch mal mit. Wir legen dich in die Ecke. Haben wir hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Jawoll. Wahlknochen. Wunderbar. Und da hinten kannst du dich in die Ecke werfen. Das ist super. Hier machst du ein bisschen Pause. Ich nehme hier das Geld mit. Und geh mir schnell deinen Kollegen holen, falls du ihn irgendwer anders entdecken sollte. Hier wäre das nämlich nicht so gut. Nein. Hoch. Nicht runter. Und schnell weg. Dann kommt er da auch noch mit hin. Da hoch könnten wir auch noch gucken. Oh Gott. So viele Ecken, in die man hier noch gehen kann. Oh. Können wir den vorderen auch so weit weg packen? Das wäre gut, wenn seine Beine hier nicht so raus gucken. Der will scheinbar nicht. Der ist so elite. Ach, der bleibt doch so liegen. Gut, da sind wir rausgekommen. Was ist hier? Ach. Hier sind wir oben. Okay. Hoffentlich nichts Schlimmes. Vielleicht falscher Alarm. Ich sehe hier nicht mehr Leute, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Kann ich da rüberspringen? Schaffe ich das? Aha. Nein. Nein. Nein, du hast nichts gesehen. Alles gut. Gut. Oh, kommt er her. Los, komm raus hier. Das wäre super. Na ja. Kommen wir von hier da hoch? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Hm. Okay, er geht jetzt nach da. Kommt er jetzt wieder her? Oh, Mann. Was macht er denn hier? Ich hoffe, es kommt nicht noch jemand. Dann können wir ihn einfach mitnehmen. Ja, haben wir. Jetzt schnell raus hier. Ja, ist da noch ein Kumpel zum Kuscheln. Also ein, zwei Leute müssten ja hier noch sein. Da klimpert wer auf der Schreibmaschine. Ja. Komm mit. Können eigentlich direkt hier hoch gehen, dann pack ich dich hier. Oh Gott, ich krieg hier jetzt mein Herzkasper bei dem Scheiß. Wollte ich hier oben ablegen? Super. Ist hier sonst niemand? Hallo? Ah, da können wir das Blitzding sich ausmachen. Gib mir den Waldtank. So. Und jetzt irgendwie ganz sanft hinlegen. Super. Hat geklappt. Dann können wir hier nochmal schnell durchgucken, was wir hier oben noch haben. Einen Tresor haben wir da hinten. Perfekt. Tresor-Kombination. Super. Noch ein Tresor. Sehr gut. So lässt es sich natürlich leben. Aber was war das? 608? Versuchen wir es. Wenn nicht, müssen wir nochmal nachlesen. Ah, sieht gut aus. Sehr schön. Ah, sehr gut. Sehr gut. Blaupausen sind immer super. Da war jemand dem Kronmeichler im Weg. Deine Mathilda. Na dann. Hier kommen sehr komische Geräusche. Oh, gibt's hier nochmal wo was? Sieht jetzt erstmal nicht so aus. Ah, hier haben wir noch was? Nö. Gut. Dann gucken wir weiter. Wir gucken hier unten um. Wir gucken hier unten um. Der Herz von Sarconos. 200 Münzen. Sehr gut. So, haben wir hier was übersehen, als wir den Kollegen kurz weggeräumt haben? Betäubungspulsen. Sehr schön. Wieder mal ein Wisch zum Lesen. Ah, wir wollten noch auf die... Auf die? Auf die Etage mit dem Knochensplitter zurück. Das war auf der da glaube ich. Professionell mitten ins Licht gestellt. Hier kann man nichts mehr mitnehmen. Was haben wir hier noch? Wir sind voll. Ich wette Dr. Hypatia empfängt keine Patienten mehr. Ich muss nur noch mal ne Schicht durchhalten. Dann nach Hause und füßen. Wir könnten natürlich jetzt die Hundetür aufmachen. Oder... Erstmal abwarten, was hier passiert. Ah, wenn wir die Tür aufmachen, dann ziehen wir ja wieder als Mörder, oder? Ah, wir sollten das nicht machen. Aber eigentlich... Speichern mal... Und dann sind wir einfach mal der Arsch, der das macht. Obwohl, wir könnten jetzt die Scheibe zerschießen. Oder wir machen das wirklich mit der Tür. Ich finde das mit der Tür ganz lustig. Moment, dann sollten wir vielleicht auch wieder die Kraft nehmen, damit wir hier fliehen können. Und weg. Oh, jetzt scheinen sie einfach durch die Scheibe gegangen zu sein. Nein! 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 Oh Gott! Hm. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was da passiert ist. So. Oh, da lebt noch ein Hund. 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 Okay. Ach, ich glaube, wir bleiben einfach liegen. Wir sorgen einfach dafür, dass hier niemand mehr rein kann. Nein, wir laden. Wir laden. Wir laden. So. Nachdem wir geladen haben. Können wir ihn hier irgendwie mitnehmen? Ja. Oh nein, wir hätten die Tür davon zumachen sollen. Verdammt. Ich hoffe, es hat keiner nicht gesehen bis jetzt. Oh. Sehr schön. Mich interessiert aber schon, was bei den Hunden drin ist. Ich glaube, wir müssen das doch machen. Ah, wir werden das gleich machen und dann ist gut. Mal kurz hier rausgeguckt. Kann ja da, aber wir brauchen ja nicht rausgehen, wir können ja oben rum raus. Mal noch ein bisschen essen. Dann geht's wieder hoch. Ich würde sagen, dann lassen wir die Hunde frei. Oder wir betäuben die beiden. Aber ich weiß nicht, ob die Hunde dann ausrasten. Wir sollten das Ganze einfach testen. Oh, komm mit. Wieder zugemacht. Dann würde ich sagen, machst du hier oben auf dem Rohr Pause. Und wir gehen leise zu dem anderen. Oh, Moment, da lag da noch was, oder? Ja. Nicht abgeschickter Brief an die Familie. So, wo ist der andere jetzt? So, wieder. Ja, er sitzt wieder und schreibt fleißig. Hoffentlich nichts. So, dich packen wir auch weg. Hier setze ich ein bisschen in die Ecke. Lass die Beine baumeln, macht den schönen Tag. Was sieht uns denn jetzt? Was hat uns jetzt gesehen? Aber wir laden auf jeden Fall das Mana vorher nochmal auf. Dann können wir das Eddermeyer mitnehmen. Geld. Scheint noch ruhig zu sein. Haben wir hier jetzt noch irgendwas Wichtiges? Ja, die Hunde. Haben wir da unten noch was? Da bin ich mal gespannt, wie wir da hinkommen. Bestimmt wieder irgendwo so ein Tunnel, wo man sich in eine Ratte verwandeln muss oder so. Das macht hier alles komische Geräusche. Unglaublich. Ist hier noch irgendwas? Geld? Nö. Nö. Oh, da vorne haben wir noch ein Knochen-Artefakt. Das haben wir wohl übersehen. Naja. Eingesteckt. Oder auch nicht. Jetzt. Greift die in den Augen. Wahrscheinlich für längere Unterwasseratmung. So, haben wir jetzt hier noch was? Jetzt sind wir hier vorne. Ah, da haben wir was. Okay. Oh, hier haben wir noch was. Da haben wir natürlich alles mit. Lockierte Tür. Sehr gut. Da lagen noch Kugeln, oder? Ja. Ist da noch irgendwas anderes Sinnvolles bei? Ampustbolzen. Sind wir voll. Gut, was haben wir hier noch? Ach, Moment. Das war das, wo wir am Anfang waren, ne? Ja. Machen wir einfach mal wieder zu. Boah, hat keiner wissen, dass wir hier waren. Dann haben wir die Etage fertig. So. Und was uns weiter oben erwartet. Das würde ich sagen, gucken wir uns im nächsten Part an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und sage Tschüss und so.